Der Reichtum an Schlössern, Kirchen, Kapellen, Mühlen und Denkmälern macht das kulturelle Erbe in Middel-Limburg sehr komplett. Jede Sehenswürdigkeit hat ihre eigene Besonderheit und Geschichte. Besuchen Sie auch das Küpeswies, das weiße Städtchen Thorn, das Festungsstädtchen Stevenswet, oder folgen Sie die Liberation Route, die Route der Befreier im Zweiten Weltkrieg. Mitten Limburg – erfrischend anders